Ja, meine Damen und Herren, Dankeschön. Ich möchte Sie auch heute am letzten Tag von Turn On 2019 ganz herzlich begrüßen. Wir haben zwei sehr intensive Tage schon hinter uns und jetzt geht es weiter. Mein Name ist Margit Ullemer und auch heute sind wir seitens der Moderation zu dritt. Michael Kerbler ist schon hier als Co-Moderator und Mike Noronny wird etwas später kommen, um Sie durch diesen langen Tag zu führen. Turn On Partner war die Programmschiene an der Schnittstelle von Wirtschaft und Architektur, aber auch mit einem Bürgermeister, um bei den Vorträgen die unterschiedlichen Perspektiven in einem möglichst produktiven Sinn zusammenzubringen. Es hat sehr weitgespannte Themen von Projektentwicklung bis zu konstruktiven Themen und zur Thematik Kunst und Tageslicht gegeben, also wirklich eine breite Palette von Fragen des aktuellen Bauens, von Innovationen, Beispielen und Erfahrungen. Aber ich möchte am heutigen Tag am Beginn auch ganz herzlich allen Beteiligten danken, den Angestellten dieses Hauses, Johannes Lukaser für die perfekte Technik, die einiges an Hintergrund bedarf. Ich war beeindruckt, wie ich das letzte Mal auf der Technikbühne oben war, muss ich zugeben oder kann ich zugeben. Ja, bei meinen Assistentinnen im Foyer und so weiter, bei allen Leuten des Hauses, bei den Technikern des Funkhauses natürlich auch. Und ich möchte mich bei Christian Kühn und bei Arno Ritter bedanken. Sie sind ja seit vielen Jahren mein Beirat für die Gestaltung und Fixierung des Programms am Samstag. Das ist ein sehr ausführlich kuratiertes Programm, diese 15 Vorträge, nicht nur was die ausgewählten Architekturbüros anbelangt, sondern auch was die ausgewählten Bauten betrifft. Also es steht da eigentlich nichts zufällig im Programm, ist auch mit einem großen Aufwand verbunden und Christian Kühn und Arno Ritter unterstützen mich eben da bei der finalen Auswahl. Vielen Dank an die beiden. Ich darf jetzt auch gleich Christian Kühn auf die Bühne für seine Begrüßung bitten. Nicht so sehr als Beiratsmitglied eben für diese Auswahl, sondern als Vorsitzender der Architekturstiftung Österreich, die er seit vielen Jahren als Veranstalter von Törnern auftritt. Bitte Christian. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, eben in meiner Rolle als Vorstand der Architekturstiftung Österreich. Die Architekturstiftung ist eine gemeinsame Plattform der österreichischen Architekturvermittlungsinstitutionen, also vom Architekturraum Burgenland im Osten bis zum Vorarlberger Architekturinstitut plus Zentralvereinigung der Architekten. Das Ziel dieser Stiftung ist Vernetzungsarbeit zwischen diesen Institutionen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Vernetzungsarbeit in die Politik, in die Wirtschaft, Lobbying für gute Architektur zu machen und das eher auf der Nachfrageseite der Architektur ansetzend. Also unser Interesse ist, dazu beizutragen, dass es gute Bauherren in diesem Land gibt, Leute, die sich etwas wünschen von der Architektur. Und wir machen wenig eigene Veranstaltungen. Die größte Veranstaltung sind die Architekturtage, die auch heuer wieder stattfinden werden. 25., 26. Mai, dürfen Sie sich notieren, wird es wieder dieses Festival in ganz Österreich geben. Und eine ganz wichtige Veranstaltung, wo wir sehr dankbar sind, dass wir als Veranstalter auftreten dürfen, ist eben Turn-On, das sich so ein bisschen zu einem Szenenetzwerktreffen, einem jährlichen, entwickelt hat, wo man hier in Wien zusammenkommt, um auch sich nicht nur Vorträge anzusehen, sondern auch im Foyer auszutauschen mit anderen Akteuren. Der heutige dritte Tag von Turn-On unterscheidet sich von den beiden anderen insofern, als wir gestern und vorgestern immer Teams auftreten haben lassen. Also es sind dort die Bauherren und die Architekten und Bauteilanbieter oder die Bürgermeister und die Architekt hier aufgetreten und haben erklärt, wie sie zusammenarbeiten. Samstag treten die Architektinnen und Architekten solo auf. Und man kann sich natürlich fragen, warum? Wir wissen alle, dass gute Architektur nur entsteht, wenn es gute Bauherren gibt, wenn man gute Fachplaner hat, wenn das alles harmoniert. Und trotzdem, sagen wir am Samstag, kommen die Architektinnen und Architekten selbst auf die Bühne und erzählen nur sie über ihre Arbeit. Das hat schon einen Grund meiner Ansicht nach, weil Architektinnen und Architekten verantwortlich sind für Dinge, die man nicht messen kann. Also wir werden uns schwer tun, in diesem Raum zu sagen, warum er schön ist, aufgrund von Maßen. Wir wissen, die Sessel sind relativ breit, auf denen man hier sitzt, aber daran alleine kann es nicht liegen. Und nur einen Saal zu machen mit diesen Sesselbreiten, das reicht nicht. Und bei diesen nicht messbaren Dingen hat man dann wenig Skalen außer sich selbst. Also die Architektinnen und Architekten müssen argumentieren, in der Regel bei ganz wichtigen Entscheidungen ästhetischer Natur, nicht mit Zentimetern oder Proportionssystemen, sondern sie müssen sagen, ich bin überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung ist. Und Peter Sellers, der amerikanische Regisseur hat einmal eine sehr interessante Formulierung zu diesem Thema ausgesprochen. Versuchen Sie mal zu messen, wie sehr Ihre Großmutter sie liebt. Das funktioniert einfach nicht. Also es ist eine Art der Überzeugung. Es ist das persönliche Maß, um das es geht, das persönliche Eintreten für eine Sache. Und das werden Sie heute Nachmittag bis in den Abend hier erleben, dass Architekten eben eintreten müssen und Architektinnen für die vielen, vielen Entscheidungen, die sie bei jedem Projekt treffen müssen, von denen viele messbar sind, aber sehr viele auch einfach keine Skala haben, auf der wir uns rational unterhalten müssen, sondern da geht es um Imagination, um Fantasie und Qualitäten, die extrem wichtig sind für die gebaute Umwelt, die aber nur außerhalb des Messbaren sich realisieren können. In dem Sinn wünsche ich Ihnen spannende Vorträge, viele neue Einsichten und ich übergebe jetzt wieder zurück an Margit Ullammer.